Inmitten der Live-Schalte zum Dschungelcamp 2024 sorgte eine unerwartete persönliche Botschaft von Sonja Ziegloh für einen Moment der Stille. Während der Sendung am Donnerstag nutzte sie die Gelegenheit, um eine Danksagung auszusprechen. Heute möchte ich mal einen kleinen Gruß absenden, und zwar an die Belegschaft der Intensivstation des Evangelischen Krankenhauses in Bergisch Gladbach. Vielen Dank, sagte sie in der Live-Sendung, bevor die Show ihren gewohnten Lauf nahm. Hintergrund der Danksagung, die Moderatorin, die für ihre professionelle und fröhliche Art bekannt ist, bezog sich auf einen schweren Verlust. Wie BILD berichtet, ist Sonja Zieglos Stiefmutter mit 75 Jahren verstorben. Die Trauerfeierlichkeiten sind für Februar und nach der Rückkehr Zieglos aus Australien angesetzt. Dies ist nicht das erste Mal, dass Sonja Ziegloh während ihrer Zeit im Dschungelcamp mit persönlichen Herausforderungen konfrontiert wird. Im Jahr 2009 erlitt sie einen ähnlichen Verlust, als ihr Vater Klaus Ziegloh verstarb. Die Nachricht erreichte sie kurz nach dem Finale der Show. Ich weiß schon seit einem Jahr, dass mein Vater am Lungenkrebs erkrankt ist, habe viel Zeit mit ihm verbracht und mich zusammen mit meiner Familie um ihn gekümmert. Bevor ich in den Dschungel gereist bin, habe ich mich von ihm verabschiedet, weil ich damit rechnen musste, dass er stirbt, hatte sie damals gegenüber der BILD geäußert. So, dass ich dann sage, schaust, dass er wenn ich, wie du dich herst und soStop, nursing solltet, habe ich mich von ihm verabschiedet.